herzlich willkommen wieder ich bin der erste gute sexy und wir spielen heute marke weiß mein eigenes projekt wir haben schon 30 fast folgen oder sowas wenn da ist die folgen wir schauen so so gehen raus was wollte ich letzte folge haben ja gemacht ja hier habe ich erweitert weil ich hier hühner ich brauche so ich glaube ich bin in die so wird so du bekommst auch du bekommst auch du 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 ja so hier werde hühner ich bin ich bin ich bin so also was brauchen wir heute das musik weg machen so erstmal machen wir den weg so ich bin schon wieder da oh mein gott die eltern manchmal nerven die so wir haben muss sie nach oben gehen so er hat er hat nicht kohle kohle haben wir so holz sie heute mache ich hier rein haben wir noch was von holz das war noch hier noch gut so erzten weniger erde das haben wir so viel sagt sagt wunderbar stein stein und zwei worten wir haben genug steine nein 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 das ist schon noch kein erde genau so ich muss bald essen pflanzen das muss ich rein machen das und das passen wunderbar so glas glas die scheiße das muss ich hier rein das kommt hier und küsst und kies wir brauchen es gut geht weiter unter und unter unten gehen weiter bis jetzt das brauche ich essen er kommt nämlich die apfel in was zu essen so ja kies 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 so warte mal wo ist die tüte sind die tüte gut schmeißen rein und scheiße ich muss immer wieder ein einmal im tag muss ich mein glück versuchen mit eiern so nächste folge baue ich noch hier weiter aber nächste nächsten folgen will ich die schaff holen habe ich kein mehr leute im fall muss ich wieder gehen merke ich so so muslima gehen ich glaube heute weniger weil das geht nicht so weiter wir brauchen kies sehr viel kies so das haben wir sehr schön ich werde bald will ich ein sozusagen schloss oder irgendwas bauen wo gut aus ist weil immer wieder will sich stellen bauen usw gut ich nenne dass die dinge holzwolken holzwolken cool oder baum baumwolken so das geht raus das mache ich auch rein so erst mal was wir machen heute noch ist sehr wichtig also das muss ich ja papa das brauche ich nicht das brauche ich auch theoretisch nicht werde cool wenn wir sowas wie sortierung ja also sogar weiß noch so das machen auch weg heißen auch heute haben wir noch gut das brauche ich noch so gehen wir hier rein und das habe ich hier rein weil wir brauchen es so wie viel uhr ok mittags so ich mache mir eine dass das das ich habe mir eine sache kommt das brauche ich sowieso erst mal brauchen wir ein spätchen genau das kommt hier das brauche ich nicht mehr einmal muss mit wasser holen gleich und sehr viel spätchen genau das habe ich weiß sehr viel eisen habe verbraucht okay drei spätchen reicht uns bei einer nacht das weg brauchen wir noch wasser ja so für nacht wir sind langsam vorbei fertig aber es wird gleich nacht brauchen wir noch was wasser das ist das brauchen wir nein alles hat theoretisch haben wir alles warte mal was ich will gerne machen habe ich überhaupt diese sache was ich denke ich glaube weniger so also ich will ich probieren also dass das ist das brauche und ein bogen so ja da haben wir bogen gut das machen wir hier rein genau so jetzt habe ich festgestellt erde jetzt zu holen diese alle sachen ist scheiße gehen wir sofort schon ins mine heute wir werden länger ein bisschen mine sein auch scheiße ich weiß was habe ich vergessen bevor ich nach unten gehe essen das sehr wichtig weil überliebe ich nicht so lange 1 2 3 4 5 6 ich warte bis die kühle will er war in der fall habe ich genug weißen kann ich einstig so ein bisschen oder paar weizen als brot machen so tatsächlich ich glaube bin bei schon wieder dabei bin ich sicher aber ich vermute auch ich denke ich denke ich mein leben wenn wir rennen 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 so hier waren wir letztens und wir bauen weiter oder komm wir bauen nicht weiter weil das schon wieder zu lange wird dann immer weiter und weiter und weiter sollte das fertig sein ja das haben wir redstone gut aber ich glaube was anderes stadt schlecht ich finde Ah Ah ok Ich habe gedacht haben wir die neueste Version Aber haben wir die nicht Gott sei Dank Es ist schon nacht Die nacht Die nacht Die nacht So jetzt Ich werde Jetzt Bauen Gerade aus Für die Wahrscheinlich Nichts sehen Ich weiß nicht Wie das Aber theoretisch Ja Sollte Ihr Versehen So Sehr schön So weiter geht's Ich würde gerne So gerne Millionär Nee Spaß Natürlich nicht Ich muss mir Überlegen Wie war der Verzaubertisch Wartet Glaube das Ich glaube Brauche die Zwei Diamanten So So Ich mache glaube ich ganze nacht Dieser weg Dieser weg Dieser weg Es wird so steinig Dieser weg wird hart und knackig Hart und knackig Klar So Ich habe schon gedacht Licht Ich sehe Endlich Licht Nee Oh Kohle Raus mit den Kohle Ich glaube Ich kenne Die leben Sehr Kohle Brauchen wir Sehr Weil ich Für Mir Ein Ganz Kontain Ein Ganz Kontain Genau Ich bin Jetzt Haben wir genug Kohle Für Open Und so weiter Ich Mache Die Kohle Open Jetzt Rein Weil Einfach Haben wir Sehr Viel Problem Mit Kohle Und Danach Haben wir Kein Mehr Wir Füllen Genug Kohle Schon Anfang Anfang Ist Immer Schlimm So Aha Noch Ein Bisschen Dann Fahren Wir Schon Mit Danach Haben Wir Jetzt Gerade Morgen Was Muss Okay So weit Wir Sind Auch Nicht Nächste Vorgel Fing An Mit Den Buh Pudel Entschuldigung Ich glaube Wenn wir ein bisschen Erkältet Ich Nieße So oft Heute Schon Vier Drei Mal Genießt Wenn ich Nieße Sehr Oft Dann Ist Schon Langsam Kritisch Bei mir Nächsten Das Oh Aufpassen Mein Kübler Sagt Aufpassen Du Wirst Langsam Krank Bei mir Ich weiß Wie Bei euch Schreibt Mir In Kommentar Wird Gern Wissen Ob Ihr Nies Wenn Sie Bevor Wir Krank Die Extrem Schlimm Wird Wenn Ich Nies Zweimal Durch Einander Hintereinander Entschuldigung Hintereinander Da heißt Es Langsam Zeit Zu Krank Zumachen Und Manchmal Sage Ich Zu Mein Körper Nein Leck Mich Ich Mache Nicht Gar Ich Arbeite Weiter Ich Will Nicht Kran Mal So So Es So Kohle 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 Super Geile Kohle Lese So Viel Wir haben Schon Über Kein Stick Das ist Effe Scheiß Voll Verarsche So Oh Erde Erde Das mag ich Erde mag Ich Am meisten So Ich Mache Jetzt Ah ja Stimmt Fackel Das mag Ich Hier Aber Fackel Weil Jetzt Zeit Zu Buddeln Schade Habe Habe Ich Keine Effizienz Weil Das Wird Das Was Gehen Ich Schau Braucht Schon Effizienz Aber Muss Mal Aufpassen Was Für Effizienz Weil Zum Beispiel Hier In Miner Effizienz Spitz Höchste Sophia Ist Sehr Gut Weil Kann So Sehr Schnell Ab Bauen Aber Momentan Ist Gar Nix Ich Wieso Baue Ich Das Ab Es Ist Einfach Gewalt Immer Wir Haben Ich Gehört Hinter Der Ich Glaube Meist Ist Kiss Und Erde Verstecken Sie Manchmal Roststoffe Aber Sehe Ich Diesmal Habe Ich Verdampft Pech Normalerweise Ist Dann Lassen Wir Gehen Weiter So Oh Gold Nicht Schlecht Nicht Schlecht Oh Mehr Gold Ich Wer Reich Ich Wer Reich So Wir Brauchen Den Gold Für Eine Sache Ja Ich Ich Wer Oh Jetzt Gehen Wir Zurück Gleich Der Nackt Ist Langsam Aber Ich Will Was Bain Den Schwer Werder Knaben Zeit Komm Baum Wir Ein Bisschen Weiter Ah Sie Man Wird Scheiß Falsch Ein Bisschen So Ich Hoffe Ich Seht Ihr Was Egal Scheiße Das Wir Wenn Aber Ich Brauche Unbedingt Käs Noch Mein Käs Langsam Leer Auch Wenn Wir Mussten Ein Bisschen Länger Ich Mache Glaube Ich Irgendwann So Kade Oder So Was Lass Lass So Laufen Wie Ich Baue Ab So We So We Glaub Ich Oh Die Fliege Nerven Mich So Was Wir Haben Schon Ein Grundstein Erreicht Das Grundstein Heißen Weiter Kann Ich Nicht Gehen Alter Wie Viel Haben Wir Hier Und Verarschen Hier So So Aufpassen So Endlich So Verarschen So Geht Oh Hier Ich Hoffe Wir Schaffen Es Hier Haben Hier Okay das habe ich, das habe ich, das habe ich, oh, ich will gleich sehen, ach scheiße, es ist so, so schlecht, oh, noch Kole, ja, ich benutze ein bisschen schneller, mache ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist ein bisschen zu lange, mache ich schon, nächste Woche wird ein bisschen kurzer, muss ich machen, leider, so, das haben wir, ich hasse, wenn ich sehr viel Kole habe, aber das war gut, finde ich, so, oh, EFET, das wo Also, Scheiße, weg, das brauche ich nicht, so, äh, yo, EFET? 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 Ja, irgendwo, das ist ein Loch muss sein, Hä? Was? Hä? Oh! Oh! Scheiße! Die haben mich verlaufen! Alter! Jetzt muss ich so machen! Aha! Jetzt haben wir! So! 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 Einmal Licht gemacht und sofort weiß nicht wo ich bin! Sehr schön! Muss ich rennen? Jetzt? Äh! Okay! So weiter habe ich gebaut! Aber erwartet! Ich will schnell oben die eine Folge beenden! Verdammt langer mich mache ich! Die nächste Folge muss echt verdammt kurz sein! Werde kurz! Du scheiß Creeper! Du bist echt elendige scheiß Creeper! Äh! Ne! Ist zu verlocken! Ignorieren! Ignorieren! Ignoriere ich das! Weil das so verlocken wenn ich sie immer raus schrauben muss! Abbauen! 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 Natürlich sollte ich nicht machen! So! Wir sind schon oben! Gott sei Dank! Ich werde hungrig! So Leute! Jetzt! Bettchen! Nicht schlafen! Stehen! So los! So Leute! Das war's! Für die Folge war ein bisschen länger gewartet! Das ist schon mittags super! So! Nächste Folge wird guter! Wir sehen uns nächstes Mal! Tschüssi! Tschüssi! Vielen Dank.